an so ein conduit und dann die chest darauf und dann kanten sortiert er auch ein das wollte ich halt noch mal wissen was für eine aktion sorry leute dass ich so wenig dabei gequatscht habe was du da was kannst du ich sag da jetzt nichts was was soll denn das jetzt hier warum jetzt so aggressiv ich habe auch nichts ich würde sagen geht kacke aus ein seckmüll kann das wo ist denn der hammer wo habe ich denn die dinge zu können wir brauchen eventuell das vielleicht vielleicht sowieso das ist huge cobblestone noch mehr eisen eventuell alles klar ja scheiße ich hab 15 frames gemacht und die habe ich gleich alle alle verbreiten ja ups alle das ist praktisch aber dann kann man das nicht ausschalten das spart halt ein bisschen mehr frames generator ja spart einige frames ja weil ich meine das soll ja halt irgendwie wirklich so sein dass das angeblich dann die items hier oben liegen sollen ich glaube da mache ich das nicht so niedrig gategear nerf nichts allein hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht hab ich da noch welche das fühlt ihr mein freund dankeschön ich baue das mal erstmal hier ja dann wieviel brauche ich denn noch wie selbst das gleichere schiebt dann noch ein auch nehmen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 25 und eben 50 und dann auch noch mal welche du kannst arbeiten stellt schon mal sand her 70 ähm 75 brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich alles hier weg also 60 stück brauchen was denn frame puh ja viel spaß ne ja danke würd ich immer sagen ganz viel spaß ja ha 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 hab ich aber nicht doch sicher da oben fehlt jetzt nur noch das stahl ok habe ich hier dann schalte ich da nämlich schon mal aus nack 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 lauf 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 nack dankeschön nack nack weiter geht den com im jr ba 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 da 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 des roh die weih gleich hier hier hoviamente glaube ich ja das hat es Neither gemacht die bienchen und die blübchen und die anderen gehen dann mit an wenn ihr reicht die reich war die komischere sind nicht wieso dann nicht ist auch nicht auch stahl habe ich dann brauche ich wieder items eisen west und nicht die blöcke west und gold kupfer lied die dinge dass das vielleicht noch wird heavy engineering block hat das elektro fehlt noch wo ist das abgebild wir brauchen dann sind das schon mal sechs die ersten menschen ausgestattet 20 22 23 25 26 zählt dem eigentlich nur noch pisten 50 100 150 210 frames Das brauch ich. Super. Voll. Genau so ist es. Was sagt denn hier? Ganz gut. Weitermachen. Hallo Fleisch. Hallo. Da gibt es schon Strom. Ciao. Du bist so behindert ey. Naja nicht viel aber es geht. Ich fand das nicht. Nein. Also ich mache jetzt auch gleich nicht das nächste Ding fertig. Mach du mal. Mach du mal. Dann kommen wir auch schneller voran. So, dat, dat. Ja das nächste Teil wird da hinten schon wieder fertig sein. Ich weiß gar nicht wo die Querie eigentlich ist. Und einer anderen. Irgendwo in einem anderen Portal ne. Ja. Das finde ich. Das ist so das geile. Wo in Life in the Woods. Wo man mal die Portale nutzt. Auch die Hölle. Finde ich mal richtig. Richtig nutzen. Ja. Einfach so Portale verbauen. Da hin, da hin. Ich muss das mal aufwenden. Bei Skype ja mal ohne. Na. Verlief. Kriege ich wieder Todesanzeige. Da mal durch zu fliegen. Also mal durch zu gucken. Ob man das mit dem Portal auch mal kann. Und sich da einfach so. Wenn dem doch so ein paar Welt nachstellt. Bestimmt auch was. Ja. Dinger komm her. Ja. Achso ich brauche noch. Aha. Ich brauche noch Stil Dinger. Ja. Ach gar nicht. Ich brauche den ja gar nicht. Ich will ja was anderes bauen. So. Zurück mit dir. Common Builds. Ne. Nein. 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 Ich hätte ja sonst immer so die Fahnen gesammelt. Und die brauchen wir ja dann in der Fahnen nicht mehr. Ja. Und oben noch. Na, okay. So, habe ich jetzt mein Hammer irgendwo? Ah so nicht. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Fertisch. Und ist das Teil fertig? Ähm. Dafür brauche ich jetzt wieder eine Axt. Einmal da ein Loch rein und da passt es ja sowieso. Oh. Hey, hier ist wieder ein cleverer Mensch am Werk gewesen. Ich habe vergessen eine Fluid-Pipe zu verbinden. Fühlt sich der ganze Zeit tanken hier auf. Der andere arbeitet und arbeitet und arbeitet, der Tank ist fast voll und der hier, puh, Pustekuchen ne? Das ist ja ein Pustekuchen, sagt er sich. Ja. Kann man sich bei dir auch nur denken. Und warum hast du ... Jetzt sagen die ganzen Melonen sind schon alle. What the fuck? Ähm, okay. Hat er die ganzen komplett leer gepumpt, oder was? Wo? Okay. Nur die Seeds sind noch da. Ich habe keine Melonen mehr, der Tank ist leer. Ja, aber sollte der nicht normalerweise rauspumpen? Der hat gar keine Melonen mehr. Das, was du da gemacht hast? Pumpt doch grad in die Tanks rein. Der eine große Tank ist voll. Nein, ich meinte die Melonen. Sind leer. Komplett leer. Ich brauche die Growers, oder? Also komplett leer. What the fuck? Wie lange gibt es das da noch gar nicht? Aber der Strom ist da. Mit dem Windrad. Die brauchen nicht viel Strom. Okay. Ah! Creeper! Piss you! Na, ich geh kurz schlafen. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Wack you, wack you ey. Was geht ab? Was geht ab? Was ist gerade hingehlt? Was ist gerade hingehlt, du hast schon wieder tag? Ist egal, hells Kopf da draußen. Oh, da ist ein Creeper auf dem Weg Creeper Ach ja, hier ist dieses WTF-Boom mehr drin Oh mein Gott Ah, Kampf Ja, aber bloß der Bogen ist fast im Arsch Das ist natürlich kackt Das noch ein Skelett Hallo, Skelett Wirklich, stirb Oh, ist da geflogen eben Ach stimmt, jetzt weiß ich nicht warum ich auch Sand brauchte und Creeper Nein, den mach ihm mal zu ziehen Wie krieg ich denn Gravel hin? Ich könnte das Darf ich halt, dass du die Fans wirklich abbauen musst und nicht richtig zum abernten machen kannst Ja, das geht leider nischt Das geht leider ja nischt Ja, aber ich hab jetzt Ja Ja Ein Stack und 38 Stück Jetzt baue ich einen ab Aber ich zieh's bekommen, cool Das ist schon mal gut Das ist schon mal gut Das war nur einer Was waren die nochmal? Jeder Ja Und das waren drei Ja, da kommen immer unterschiedliche Menge raus Das ist auch das Problem Kein Gravel, 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 ich brauchte Gravel Ah Schwert ins Gesicht, Schwert ins Gesicht, Schwert ins Gesicht Machst du schon hier für Blödsinn Skelett Oh so Noch lange, wenn das nur ein Skelett ist Skeletto Skeletto beddo Hm, hier sieht's aber nicht mehr nach Gravel aus Sie sieht's in hier Hallo Skelett Dafür würde sich hier Eine Farm mit Harvester Lohnen Ja, ich weiß Die ganze Zeit schon Aber das ist übertrieben Dann ist es ja schon Dann ist es ja Live in the Woods Skypier Ding schon Ne Live in so Stromwoods Live Live in the Sky Oder so Ich weiß selber, dass man Das jetzt bräuchte so Aber den Mod Mann, ich würd den ganze Zeit schon spielen wieder Gibt's nicht den anderen Rechen Mit den Schienen Micheal Es geht's